Mein Name ist Ruben Fonseca und ich bin 15 Jahre alt. Seit Anfang August mache ich bei Cablex eine Lehre als Netzelektriker. Mein Name ist Cyril Fonseca. Ich bin Bauleiter im Bereich Netzbau und arbeite seit 14 Jahren bei Cablex. Ich bin der Vater von Ruben. Ich habe mir schon früh Gedanken über meine Ausbildung gemacht. Ich habe bei Cablex eine Schnupperlehre gemacht und dabei eine Woche lang Ersteindrücke gesandt. Zweimal hat mein Vater mich zum Zukunftstag mitgenommen. Das hat mir nachher bei der Berufswahl sehr geholfen. Als Vater wünscht man sich eine gute Ausbildung für seinen Sohn, denn das ist der Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung. Es war für mich immer schon wichtig, dass Ruben selbst entscheidet, was ihn interessiert. Natürlich habe ich gesehen, dass er anwärtlich sehr begabt ist. Die Entscheidung für die Schnupperlehre und die Berufswahl hat er selbst getroffen. Es hat mich auch immer interessiert, wenn du über deine Arbeit erzählt hast. Es war spannend, jeder Tag war anders und das macht dir auch Freude. Neben der Ausbildung zum Netzelektriker kam auch eine Ausbildung als Polymechaniker oder Schreiner für mich in Frage. Aber für mich war Cablex am interessantesten. Hier kann ich an verschiedenen Orten arbeiten. Man sieht immer etwas Neues. Die Kollegen sind super. Ja, es ist manchmal streng oder schmutzig, aber das ist total okay. Die Abwechslung macht Spass. Ich habe selbst erlebt, dass man sich bei Cablex beruflich weiterentwickeln kann. Ich habe vor 14 Jahren als Monteur angefangen und heute bin ich Bauleiter und für Kosten und Ausführung verantwortlich. Es gibt viele Wege, die man einschlagen kann. Ich bin sehr stolz, dass mein Sohn nur in derselben Firma arbeitet wie ich. Das verbindet uns noch mehr. Bald müssen wir aufpassen, dass wir zu Hause nicht nur noch über Cablex reden. Ich finde es auch cool, dass ich in der gleichen Firma arbeite wie du. Vielleicht werde ich einmal dein Chef. Ich bin sehr froh, das ist schon seit Jahren. Und ich hab ihn schon versucht, es ist mein Sohn. Ich habe mich für das Gehen-Manager und ich hab mich für das Gehen-Manager und ich bleibe. Ich habe mich für dischiens. In der ersten Fall. Ich habe mich für das Gehen-Manager und ich habe D يمكن,